Ich warte auf mein Glas, ich muss pissen, ich muss pissen, ich warte auf mein Glas. Ich muss pissen, ich pisse hier auf dem Boden, wirklich, ich mach das, ich mache es. Mach doch endlich mal was, ich das auch, Alter. Sally, wir wollen auf dem Boden pissen? Komm, wir pissen auf dem Boden. Wir haben ja schon eine Kaffeetasse, die kann man voll pissen. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Ich könnte ja mal versuchen, in eine Bierflasche zu pissen, aber es ist gerade keiner am Start. Da pisse ich nicht rein. Also, ich habe einen Radius von einem halben Meter. Ich habe einen Radius von einem halben Meter. Ich bin mit Thomas und Julia verabredet, das habe ich dem Typen vorhin erzählt. Aber es interessiert ihn scheiße. Ich bin jetzt hier mit Thomas und Julia am Start und höre nebenbei Miami Calling. Und der Typ will mir einfach kein leeres Bierglas bringen, dass ich hier meine Komfortzone nicht verlassen muss, so wie ich das die letzten zwei Tage bei meiner Mutter machen konnte, im Gästezimmer. Da hat hier Bierglas am Start. Mal gucken, wie ich heute aussehe. Ich sehe heute schon gut aus, wurde mir heute schon gesagt. Großen Respekt vor mir hatten. Großen Respekt vor mir hatten. Ich habe heute schon mindestens zehn Leute jeden Tag hier wünscht. Was hast du schon gemacht? Ha? Bring mir doch endlich mal Bierglas. Oder soll ich hier wieder orgasmische Blasendrückorgnen feiern? Nicht mal morgen will es. Schafft es, dieses Lala Müll-Scheiß zu übertünchen. Das mich hier nervt. Hier Sally, Sally, Sally. Anstelle eines Bierglases brachte mir dieses Mistfiel da draußen einen Wüschmuck. Und den hat er dann, als er abgedampft ist, hat er den an die Wand gestellt. Und Sally, Sally wollte aus der Hundehütte da rausspringen. Und in dem Moment kippt das Ding da weg. Und der Hund nimmt den Stock mit und auf den Rücken und kommt gar nicht weg. Da klebt er an ihr fest. Ja, die hat dieses, ah, weißt du, die konnte, die hat, bläh. Sally, seit Sally hier wohnt, wird hier auf den Boden gekackt. Ja, weil wenn die nämlich nicht hören, pisse ich auf den Boden. So ist das. Putz deine Brüder alleine. Hab keinen Bock mehr, du machte anzuspielen. Lelena, Dreckswichser. Ey, ich kann mich überrochen, ey. Morgen, Willis, rettet alles. Ich muss pissen. Mein Körper will Wasser lassen. Mein Körper will mir was zu trinken bringen. Mein Körper hält mich, la, 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 la. Schön, 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 schön am Platz. Bring mir ein Glas Bier, aber leer. Ich will Bier getrautzt von mir. Lass jetzt. Mach das endlich, du, du, du Winzling, du, du Stiefelzwerg, du. Stiefelzwerg. Ist Gott eine Göttin? Ist Gott eine Göttin? Ist Gott eine Göttin? Fick dich. Ja, ich brille den Scheiß hoch, allgegenwärtig, ey. Ja, es ist intuitiver Selbstschutz. Dank den Tieren weiß ich, wo ich hingehöre. Aber nie zu nah. Weil ich die Mensen schützen und auch mich selbst schützen muss. Ja, Christian König heißt eigentlich Christian Menz. Und er ist am 5. Januar 1979 geboren. Genauso wie Mr. Brian Warner. Zehn Jahre zuvor. Ich weiß nicht, ob der Winter da auch so hart war. Aber hier war er hart. Der weiß das. Der war damals 3. Mein Fick dich auf dem Telefon. Wenn der mich anruft, steht er Fick dich. Na? Der König, kann mich mal. Mila ist jetzt bei mir. Da, wo sie mal sein wollte. Aber ohne dich. Die Abby. Wenn du es nicht willst. Wenn du es nicht willst, Alter. Hör dir mal, hör dir mal unser Radio an, das wir zusammen fabriziert haben. Ja? Tu mal was für deine Seele. Ja? Ja. Du mal weißt halt auch nicht meine erste Gewürze, fällt mir gerade auf. Ja, großes Unverständnis bei den meisten Menschen. Bei allem. Und du lache, weil du es verstanden hast. Julia! Ich brauche was zu trinken. Jetzt bring mir ein Glas. Ich will nicht mal Wasser aus deinem Haushalt. Ich will einfach nur ein Gefäß. Gib mir, bring mir ein Gefäß. Oh, der ist ein riesen Ding, Alter. Selbst wenn das akustisch nicht mitgeschnitten wird hier, ja? Ist ein scheiß E-Hal. Selbst Musik dazu. Passt hoch. Mein Mund ist trocken. Bring mir was zum Auffangen. Bring mir doch mal Wasser. Reicht mir doch endlich mal das Wasser, Alter! Wie lange soll ich dir noch rumbeten? Reicht mir das Wasser! Deine Stimme ist lächerlich! Was zum Aufft? Was zum? Ja, was zum? Mein Mensch! Jetzt nicht noch ein bisschen kleiner! Ich hab Burscht, Alter! Du kannst gleich noch mal rennen! Mundgeschenk, füllen Sie die Becher! Mein kleiner großer Bruder, der kann fünf Bretter durchhauen. Aber der erzählt, will ich mal sehen. Lieselette! Danke! Ja! Ja! Das sind doch nur Menschen! Wo kann ich denn Angst haben? Vor dem Messer hab ich Angst! Ich hab nicht vor dem Messer Angst! Ich hab Angst vor dem Menschen hinter dem Messer! Den Scheiß wurde ich ihm schon mal bedroht! Womit hab ich mich geschätzt mit meinem Laptop? Das ist einfach! Das ist einfach! Das ist einfach! Halt ihr doch mal das Mikrofon! Mann, sei doch mal ein Gentleman! Halt ihr mal das Mikrofon! Das ist einfach! 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 Dannungen! Aber das SNAY listening! Das ist einfach! Das ist einfach! Das ist einfach! Das war's für heute. Und da ist nicht mal was drin? Und da ist nicht mal was drin. Und da ist nicht mal was drin. Ich brauche weiß. Ich brauche weiß. Ich brauche weiß. Und da ist nicht mal was drin. Ich will ja nicht hin. Tschüss. Meine Knie sind zitterig. Ich zittere. Und da ist nicht mal was drin. 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 Und da ist mal was drin. ich brauche ich brauche ich muss wissen ich brauche wir lassen lassen kann ja du kannst es bei youtube anbocken da siehst du dass ich das mache los jetzt hol mir das was macht das für dich ist es richtig was soll ich jetzt machen nicht da rein die küche und bierglas ja bitte Was ist denn? Bitte! Morgen bist du. Ist das die Walking? Rauling. Referenzen. Alles da drinnen. Ich hab einfach noch mal gepennt. So, ich hab... Bierglas, Alter! Ein Kind, schnapp's gleich! Wir haben kein Bierglas, Alter! Ich hab doch voll das Hände zugegeben! Ab da! Ja, lief es! Was ist denn von dem? Hat er mir geschenkt? Ein Bodyguard. Weißes Feuer! 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 Such Hans! Hans! Ich warte noch, meine Blutorangen! Ab da nicht! Ab da nicht! Dann kann ich drei verschiedene. Ja, vergiss es! Otto, wo bist du? Ähm, hier nochmal überlegen dazu. Dass es uns gelingen muss, die richtigen Impulse aus ausgesprochenen Informationen, gehörten Informationen, gesehenen, gelesenen, in den Mund abgelesenen Informationen, also bei allen Informationen, alles, was du in Irgendwo vor und wahrnehmen kannst. Akzeptieren! Auch? Etwas? Was? Ich damit meile, wenn ich damit zu meinen Verfahren sage, oder wenn ich überhaupt sage. Wir haben! Und dieser Matrix! Das heißt, wir mit unserem Standort hat, welches für mich braucht, niemand anders kann das haben, uns dazu überleiten lassen, technokratische Mantos zu gestalten, die Systeme zu gestalten. Und wenn wir das nicht akzeptieren, dass wir das im Gesetz mitzustellen, das ist jetzt so. Was? Dreckenscheiß! Tiefkalm! Wir würden mal etwas ändern, wir wären es verbunden. Tiefkalm! 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 Leid, Schlangen, Brum, Parasiten, kleine Äliens. Schmerz, Schmerz, Unerträgliche, Gefühle, Emotion, Erfahrung, Verlust, Versparung, Orientierungslosigkeit, Epideleptische. Ja, ich kann mich verteilen, ich habe Messräume. Oh ja, deine Weile ist einfach so, oh. Unsinn, also, und Qualität. Laut, auf, auch nicht, gut. Aber das Auto ist auf jeden Fall dabei. Oder auch nicht. Vielleicht ist es schön, schön. Was wird hier gespielt? Aufgesprungen. Innerlich. Aufgelehnt und gewärmt. Ausgedreht und geschrien. Motherfucker, Wichser. Ihr bekommt mich nicht. Niemals. Fickt euch ins Knie. Und so wie ich das getan habe, war der Spuk vorbei und ist nicht wiedergekommen. Und das müsst ihr verstehen. Es ist der Wille. Zum Leben. Der Wille. Zur Ewigkeit und Sterblichkeit. Und unbesiegbar galt. Dazu müsst ihr verstehen, dass ihr das seid. Und dass ihr versteht, dass das kann nur bedeuten, dass ihr es lebt. Und in Situationen, wo ihr denkt, zu scheitern. Ach so, ich... Der kann... Aber ich... Geiler Scheiß. Wisst ihr, im Paradies sind. Schön, dass der so langsam redet. Aber da wägt er immer steinig und hart. Doni. Steinig und hart. Doni. Steinig und hart. Steinig und hart. Ne. Nussig. Der wird nussig, der wägt. Der wird nussig. Nussig und... Nussig und orangig. Ich brauche kein Wasser. Ah, ich habe Orangen. Der wird nussig. Der wird größer. Ah, Lena. Koscher. Nussig und langer Blasch. Warum, was ich sch Ulf... Ich habe es gelesen. Ich habe das gelesen gesehen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle. Oh Oh Er weiß, was ich brauche Mein großer Bruder weiß, was ich brauche Er kennt mich Er hat auch einen Hut Da bin ich aber entspannt Süß Baywatch 18 Knight Rider Unser 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 kleine Farm Streethog Ha ha Danger in Dreams Oh wir haben noch eine Unser 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 Geiler Scheiß! Geiler Scheiß! Das war's für heute. Das ist sehr schön. Die Tüten wachsen. Oh mein Bauch, ich glaube ich kriege meine Tage. Sehr cool. Das kann ich auch. Oh mein Bauch, ich glaube ich kriege meine Tage. Oh mein Bauch, ich glaube ich kriege meine Tage. Oh mein Bauch, ich glaube ich kriege meine Tage. Oh mein Bauch, ich glaube ich kriege meine Tage. Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu. Entspanieren.